Die Höhle der Löwenstar Ralf Dümmel nimmt auf Instagram Abschied von einem Gründer. Der Erfinder von Flüwa, Karl-Heinz Voll, ist tot. Ralf Dümmel, 55, trauert auf Instagram um den Flüwa-Gründer Karl-Heinz Voll. Der Maurermeister und Tiefbauingenieur stellte in der VOX-Gründershow die Höhle der Löwen im April 2021 seine Erfindung, die Wasserwaage mit Flügel, vor und schloss einen Deal mit dem Unternehmer ab. Jetzt ist der liebe Karl-Heinz leider verstorben, schreibt Dümmel in einen emotionalen Post auf Instagram, der ihm sehr schwer gefallen sei. Voll habe Dümmel als Unternehmer begeistert. Doch viel wichtiger ist, dass ich einen so besonderen Menschen kennenlernen durfte und einen Freund im Leben dazu gewonnen habe, schreibt der Löwe. Er sei in Gedanken bei Volls Familie und wünsche ihnen viel Kraft. Ich werde dich nie vergessen, mach's gut, Karl-Heinz. Danke, für die vielen, tollen gemeinsamen Momente. Ich werde dich nie vergessen, schließt Dümmel seinen Post. Dazu teilte er ein schwarz-weiß Foto, auf dem er mit dem Gründer und seiner Erfindung vor einem die Höhle der Löwenplakat posiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017